Musik 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 Das wusste ich, sonst kann nur einer stehen Okay Musik Oh Schrei Musik 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 Oh, danke Lena! Danke, Dittman! Mach Hilfe! Such dir Hilfe, du Opfer! Das ist alles in der Phase. Ah, ich fahre ich! Ich geh ins Gegenheber, ne? Ich hab jetzt wieder drei Leben. Hits! Aua, Alter! Überall, ey! Fuck! A broken arrow! Broken arrow! Nice! Bitte sag, du hattest sie! Ich hab vorbeigeschossen! Ich auch! Spielende! Scheiße! Ey, ich hab genau die Kanne getroffen, das wär dein Arsch gewesen! Direkt da hinterher! Oh, Mann, ey! Ich hab die GW gehört und denk so, warte mal, Lena! Und Drehm mich rum, dann sehe ich sie rennen! Schieß dem Kleinen in den Rücken! Nein! Nein! Okay. Da freut man sich, oder? Ich hab mir gerade in den Kehlkopf geschossen! Ich seh es, Alter! Ja, das ist der Maggie! Niklas, Teammate! Nein, das war der Maggie! Nein, der Maggie! Psch, 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 psch! Ja, ich seh heute nix! Mach die Augen auf! Oh! Wait a minute! Motherfucker! Oh, du Scheiße! Schreib mich an! Schreib mich nicht so an! Ich bin empfindlich! Halt die Stellung, bitte! Wir kommen wieder! Halt die Stellung! Komm, 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 komm! Oh, sorry! Was machst du denn da, Leo? Was so rein oben gewohnt ist, wenn du einst, dass du die beiden keine Sturme war. Nice! Ach so, Tokas, ich tu, dass du runterkommst! Komm mit! Geil! 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 Das war ja wohl das ist mindestens, ne? Du bist ja tot! Fuck, Manni! Die Idee war gar nicht schlecht. Die ist in deinem Blatt. Die fällt alles rein! Die soziale Pässe. Ich bin nicht, sorry. Ich hab nicht mit ihm gerechnet. Ne? Direkt? Ja. Weißt du, wer hat eine Granate? Warte. Ich hab noch eine. Ich hab gar keine. Das ist ein logischer Terror. Hat er dich? Ja, ich weiß. Geh ich auch ab, wenn die Granate da ist? Ja, die Granate, die hatte ich voll mit genug. Das ist ein Beatle, oder? In meinem Auge ist es eine Granate. Ah, okay. Geht, circa. Das ist ja, ich hab zu roh. Ja, das ist ja, ich hab mir in der Boxen kill. Ja, das ist ja so. Getötet. De toilet! Dreckiger! Das könnte extra ein. Ja, der muss doch sein. De toilet! Komm Leute, nachrücken! Ja. Ich will Claudio raus! Nein, nein! Die Lena nervt, wir müssen uns einfach hier rausschmeißen. Ja, wir müssen jetzt echt mal drüber reden, wir müssen hier raus. Wer sagt das auf der Scheiße? Oh Gott, im Himmel! Da muss man nicht mehr so ein Zeichen geben. Da ist noch einer. Oh ja, ich hab ja geschrien wie irre. Wenn ihr einer sagt 0,5 Joule tun nicht weh, der hat keine Ahnung. Genau zwischen Blattenträger und Brust. Genau dazwischen, schön seitlich auf die Brust wartet. Das tut höllisch weh. Wenn einer meckert, oh 0,5 tut gar nicht weh, bitte stirb. Oh oh. Hey! 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 Hey man! Hey!